Musik Seit 2021 haben wir bei Spielbau die vier Tage Arbeitswoche. Das hat meinen Alltag erheblich verbessert, denn so habe ich jeden Freitag Zeit für mich und das, worauf ich Lust habe. Musik Als Quereinsteiger gab mir Spielbau bereits nach kurzer Zeit die Möglichkeit, meine eigene Abteilung zu leiten. Ich finde gut, dass mir ein abwechslungsreiches Arbeitsfeld geboten wird. Wegen unserer verschiedenen Projekte erwartet mich hier jeden Tag etwas Neues und das ist auch gut so. Die verschiedenen Ausbildungen, die man bei Spielbau absolvieren kann, sind interessant und abwechslungsreich. Nachdem man jede Abteilung durchlaufen hat, kann man sich dort spezialisieren, wo es einem am besten gefallen hat. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020